Hallo Leute, der Sorero hier. Willkommen in eine neue Folge. Schön, dass du wieder mit dabei bist oder das erste Mal dabei bist. Wie auch immer, ist egal. Schön, dass du zuschaust. Ich hoffe, es gefällt dir. Freue ich mich dann auf jeden Fall. Wenn du mir ein Like da lässt, wenn es dir gefällt, gerne natürlich auch einen Kommentar schreiben. Wenn du irgendwelche Ideen, Tipps, Infos, Hinweise, irgendwas für mich hast und wenn du keine Folge mehr verpassen willst oder mich unterstützen willst oder beides, dann hol dir doch den Kanal und drück die Glocke. Das hilft dir, dass du über neue Folgen informiert wirst und mir hilft es ein bisschen, dass mein Kanal wächst. So, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, dann haben wir uns da durch die Einsel hier hinten durchgewühlt. Ja, von da. Und sind hier angekommen. Aber es gab einen Querabstrecher, den haben wir noch nicht gemacht, weil es hieß hier erst Gnade entdecken. Ich war tatsächlich im Off-Einmal da unten bei der Gnade. Ja, hab die gemacht. Bin hier aber jetzt wieder hochgeklettert, weil ich will erst das hier ja noch, äh, diesen einen Seitenarm noch machen. Das heißt, hier dürfte noch nichts wieder respawn sein. Ich hab nämlich nicht geruht, ich hab die nur entdeckt. Und hier gibt's ja dieses eine Seitending. Ähm, ja, diese komischen Ameisenviecher. Oder, ja, doch, Ameisenviecher. Äh, und genau, hier an die Hinweise. Gnade suchen. Erst umkehren und Gnade suchen. Gott voraus, okay. Öh, okay. Was ist denn das für ein Typ? Sichtvoll Drache. Boss voraus, okay. Was macht der denn da? Uiuiui. Okay. Die waren jetzt beide nicht so richtig drachenmäßig. Äh, und auch nicht so extrem schwierig. Etwa hier oben. Waren wir hier schon? Hm, bin mir gerade nicht so ganz sicher. Ich hab das, ja doch, hier waren wir schon. Aber nicht diesmal, sondern vor, vor vielen, vielen, vielen Folgen waren wir hier oben. Waren wir da unten? Da hängen hier auch sowas von der Decker. Man kam da raus und musste dann da so ein bisschen außen rum. Also kam da raus, da kam hier unten raus. Und ich hab den Weg gesucht, der hier durchging. Ich erinnere mich. Ich hab genau diesen Durchgang auf der Karte gesehen und hab den nicht gefunden. Ja, kein Wunder, weil der ist ja extrem weit oben. Ha, okay. Interessant. Ähm, da geht's runter. Komm ich hier hoch. Wieder hoch. Ah, jetzt. Ein fünftes Mal springen. Dunkelschmied der Stein 6. Hat's geklappt. Okay. Da ist eine Truhe. Genau, und hier war irgendein, genau, und hier war ein Händler hinten. Und ich dachte, warum ist denn hier hinten ein Händler? Das hab ich mich da gefragt. War nicht so ganz erkennbar. Äh, aber die Truhe hab ich überhaupt nicht gesehen. Ist ja sehr interessant. Da unten, da hat er mal, da unten irgendwo war der Händler. Glaube ich zumindest. Dachte ich zumindest. Hm. Aber die Truhe hier ist sehr interessant. Wir haben eine Truhe gefunden. Öffnen. Durchsuchen. Schwinge von Astell. Was denn? Neins Inventar. Äh, Waffe. Äh, Waffe. Das war es nicht, oder? Ne, das ist ein Kristallmesser. Äh, äh, da. Schwinge von Astell. Ein Krummschwert. Weisheit 20. Okay. Hätte ich sogar Geschicklichkeit 17. Stärke 7. Äh, ich könnte es sogar führen. Ähm. Im Vergleich zu dem, was ich jetzt habe, ist es aber schlechter. Tatsächlich. Okay, es ist auch nicht, nicht, äh, aufgelevelt. Sternennebel. Muss man das genauer ist. Okay. Ähm. Dann bin ich hier, glaube ich, durch. Komme ich hier zurück? So. Denkomm er schon. Oder auch nicht. Ähm. Hier komme ich nicht lang. Noch weiter hoch. Okay. Ja, hier bin ich vorhin hochgesprungen. Okay. Ist hier unten noch irgendwas? Jetzt einfach mal gucken. Nö. Ja, ist ein wertvolles Objekt. Aber, darunter will ich ja gar nicht. Aber hier war ich gerade. Okay. Ähm. Ähm. Dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö. War das das jetzt? Da muss ich noch weiter nach hinten. Nee. Kann ich noch weiter nach hinten. Okay. Also hier lang. Halt. Falsch. Hier auch. So rum. Das war die beiden. Ich habe ich erschlagen. Genau. Und mehr ist hier, glaube ich, auch nicht. Oder? Okay. Mit dem Drachen könnte natürlich der Boss gewesen sein. Der da unten mal hing. Mal, den habe ich schon längst erledigt. Und, äh. Ist zwar nicht wirklich ein Drache. Aber gut. Alles klar. Okay. Dann hätten wir das gemacht. Und dann geht es jetzt hier weiter. Tatsächlich. Und wir schauen uns hier jetzt in Noxtella um. Willkommen in Noxtella. Habe ich schon gesehen. Da gibt es Ameisen. Und da scheint jemand drauf zu reiten. Das kostet mich ganz schön Pfeile. Oh. Ich hoffe ich nehme mir keinen Schaden. Nein. Okay. Wow. Puh. Okay. Das hat mich ganz schön Lebenspunkte gekostet. Ähm. Nehme mal einen Schluck aus der Flasche. Hätte ich vorher machen sollen, wurde jetzt wieder aufgeheilt. Okay, da muss ich also aufpassen. Hier ist die Gnade. Und dann gucken wir uns jetzt hier mal um. Äh, da drüben gibt's was. Hier gibt's was. Wie fett. Okay. Hopp. Also bei denen muss ich tatsächlich ein bisschen aufpassen. Die sind nicht so ganz ohne. Aber da vorne ist auch was. Okay. 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 wieder treffen lassen. Aber wurde wieder aufgefüllt. Drinnen ist auch irgend sowas. Über Tränenhülle. Gucken, ob noch irgendwelche Leute an der Decke hängen oder so. Der sieht nicht so aus. Achso, der hat mich gesehen. Das ist super, wenn die ausweichen, oder? Das war schon mal ein bisschen besser, aber noch nicht so richtig gut. Noxon-Beinschutz. Den darfst du mal so eine andere... Ne, Nox-Beinschutz öffnen. Eine andere, äh... Einen anderen Nox-Ding. Wollte ich mal gucken, ob das eigentlich eine gute Rüstung ist. Ameisenschädelplatte ist ein Schild. Das ist das Schild, was diese Ameisen haben, ja. Ähm, da können wir gleich mal gucken. Ameisen, äh, Schädelplatte, da. Hat körperlich 100? Wiegt aber mehr. Oh, wiegt viel, viel mehr. 13,5. Damit bin ich bei einer großen Last. Das ist gar nicht gut. Aber ich wollte mal gucken. Diese... Ne, Nox-Beinschutz. Gewicht ist besser. Die magisch Feuerblitz heilig ist besser. Körperlich ist ein bisschen... Ein Schlag ist schlechter. Und zwar... Ja, schon ein bisschen schlechter. Aber auch das Gewicht ist besser. Und hier habe ich, glaube ich, auch sowas. Nox, oder? Schwertmaidrüstung der Nox, genau. Habe ich nur noch die entsprechenden Stulpen. Na, das sieht doch schon mal ganz anders aus. Hehe. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich weiß es nicht. Wir nicht ändern was wieder. Ist hier hinten noch irgendwas? Auf jeden Fall so dunkel. Ein bisschen Licht machen. Einmal Schmetterlinge hin sammeln. Ach, und ich habe vergessen, äh, ähm... Pilze zu sammeln. Kann keiner tun. Also keine Krüge machen für... Na. Zum Schmeißen. Oh. Was kommt denn da alles? Ach du... Mach... Sind das Blitzviecher? Das ist ja gar nicht gut. Oh, und das sind viele. Oh, und ich habe keine Feuertöpfe. Ach du liebes bisschen Güte. Oh, krass. Hey, das ist ja lustig. Oh, das gibt... Das gibt richtig Ruhn. Ja, es gibt richtig Ruhn. Und einmal, äh... Das ist ja wieder hergestellt. Da sind auch welche drin. Mal erst mal hier hinten gucken. Ah, ja, natürlich gibt es hier irgendwas. Ah, ja, klar. Asche der Bogenschützen. Okay, auch nicht schlecht. Wenn ich mal Bogenschützen brauche. Ähm... Das ist halt das... Das ist das, was ich das coole finde an... An Elden Ring. Vergleich zu manch anderen... Spielen, wo du zwar auch... Sämtliche Gegenden erkunden kannst. Aber... Meistens ist da halt nichts. Hey, haben die... Haben die ein Schild vor sich? Sieht fast so aus, oder? Oh ja. Krass, die haben ein Schild. Und dann... Wehrt das den ganzen Schaden ab. Uiuiui, das sind schon viele. Und ich habe keine Feuertöpfe. Einer ist weg. Die anderen, äh... Kommen gerade nicht. Durch. Die anderen scheinen hier gerade nicht durchzukommen. Ernsthaft? Guck mal, die sind da festgeklemmt. Okay, jetzt haben sie es. Die waren da gerade festgeklemmt. Auch sehr lustig. Ah, okay. Also nicht von vorne angreifen. Möglichst nicht von vorne angreifen. Und der letzte weg. Und nicht der letzte. Hier hat voll das Objekt vergruß. Gut, ja. Ähm... Nehmen wir wieder zwei händig. Öffnen. Klangpelle des Geister. Okay. Geister Zeilenpflückers. Okay. Machen wir. Nehmen wir mit. So. Ja, soll ich die mal wieder ausmachen? So. Können wir mal noch ein Foto machen. Dass wir was haben. Hier waren wir. Er ist ein Klinks. Dann gehen wir jetzt hier hoch. Nicht runterfallen. Goldene Rune 10. Nicht schlecht. Hier scheint es reinzugehen. Ich habe nur so meine Befürchtung, dass da drin das nicht ganz kampflos abgehen wird. Aber ich werde da wohl rein müssen. Aber ich werde da wohl rein müssen. Was immer da drin ist. Oh. Hallo Kugel da oben. Haha. Vorsicht vor Gegner, ja. Okay, da müssen wir also nochmal zurück und da rein. Hier gibt es einen... Was ist mit einem Schlüssel? Ich hoffe, dass ich mich hier hinterher verstecken kann. Schumpf. Ah. Objekt aufheben. Larventrinner. Okay. scheint auch gerade nicht zu respawnen. Das ist ganz gut. So, jetzt gehen wir aber erstmal runter und gucken mal. Wir gucken erstmal hier, ob es hier noch was gibt. Weil offensichtlich komme ich ja hier hoch. Aber hier komme ich nicht rein. Das ist von der anderen Seite. Okay. Okay. Dann müssen wir von der... Also hier guckt man dann raus, wo man da durch ist. Aber erstmal... Hopp. Gehen wir jetzt hier runter und gucken hier unten rein. Eins nach dem anderen. Ja, das war klar. Es ist bestimmt noch mehr. Warte. Machen wir wieder die Lampe an. Müsste man ja eigentlich oben sehen, oder? Öffnen. War nur der eine. Eigentlich echt viele Truhen. Dunkle Schmiederschein 7. Das ist ja innerhalb kürzester Zeit jetzt die dritte Truhe, die ich gefunden habe. So, dann können wir da den Steinschwertschlüssel benutzen. Müsste noch einen haben. Und uns hier drin mal umsehen. Gibt es einen oder zwei? Nein. Unten steckt schon einer. Yep. Wollen wir auf jeden Fall machen wir. Es gibt hier zwei, oder? Was ist du denn für ein Vieh? Okay. Interessante Waffe. Interessante physische... Buff. So. Der Kollege da. Ah, und da sind meine Pfeile weg. Meine normalen. Komm mal her. Das machen wir mit dir genauso. Genau. Und jetzt ist da hinten offen und da hinten stand ich ja schon. Komisch. Mal gucken, ob da jetzt irgendwas ist. Na komm. Ne, ich mach mal den anderen. was hat denn der da gehabt? Nox Armreife. Das ist das letzte da. Das letzte Teil davon. Ausrüstung. Hat das irgendwie eigentlich irgendwelche besonderen Eigenschaften? Leute, meine ich. Ich will mal kurz gucken. Ne. Ja. Wo? Der Fall mal nicht so auf hier. Oder so. Denk ich mal. Hier ist wieder eine Kiste, oder? Ja, öffnen. Die nächste Tour. Man, das ist echt viel. Nacht, Jungfer und Schwert. Might. Gucken. Ja, und dann sind wir hier hinten. Und hier waren wir jetzt schon. Wir haben uns schon mal lang geschlichen. Okay. Äh, gut. Haben wir das gemacht. War nicht allzu schwierig. Tatsächlich. Alten Materialien sammeln. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ohne Runde 10. Hatten wir doch schon mal. Gehe ich jetzt erst da hoch? Dann bleibe ich erst hier unten. Hm, gute Frage. Mit der Logik her, müsste ich ja erst da rein. Na, gucken wir gleich mal da rein. Außenrum. Immer schön außenrum gucken, weil fast immer gibt's was. Und das ist wirklich cool an dem Spiel. Okay, in dem Fall mal nicht. Aber meistens gibt's halt was. Und es ist nicht nur so irgendwie, wenn es was gibt, dann ist es meistens auch was Sinnvolles. Aber so hast du genutzt und gebrauchen kannst, was Besonderes. So. Hier ist eine Truhe. Und gar nichts. Ah! Da oben. Ich seh's. Einen Ball. Ausrüstung. Wartet mal kurz. Ich guck mal kurz, dass ich hier... Ähm. Irgendein der Stiebe ausgerüstet? Äh, verbessert? Ne. Nee. Nehmen wir einfach mal den. Und dann suchen wir uns mal... Halt, wartet mal. Nee. Das. So. Immerstein-Bogen nicht. Immerstein-Kiesel. Ja. Ringende Heilung. Bestialische Schlinge. Okay. Dachte, der fällt vielleicht irgendwann runter, aber macht er anscheinend nicht. Also, der macht, der fällt wahrscheinlich dann runter, wenn ich da hingehe. Ich runtergehe und dann fällt er genau auf mich rauf. Die Schweine backe die. Aber da hat er nicht mit mir gerechnet. Ich hab ihn gesehen. Oh. Mal trinken. Rump. Ah. Ausrüstung. Das ist gut. Mittlere Last haben wir noch. Dann haben wir den sogar einmal in der Hand behalten. Noch einen. Guck mal. Ich sehe jetzt keinen weiter. Okay. Das noch in die Hand nehmen. Und. Gut. Greg, nein. Und die nächste Tor. Öffnen. Okay. So, dann müssen wir auch danach die andere Treppe hoch. Ich werde hier aber Schluss machen. Große Geisterteil. Lilie. Ich werde hier Schluss machen. Äh, äh. Mit der Folge. Die letzten waren immer ein bisschen lang. Äh. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann geht's in der nächsten Folge hier weiter. Bis dann, Leute. Und dann möchte ich hier mit dem Monat.